Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit Deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Wie man das Etikett scharf vermeidet Der neuntdimensionale Arktorianische Rat durch Daniel Scranton Am 28. Juli 2021 Übersetzt von Wolfgang Seid gegrüßt, wir sind der Arktorianische Rat. Wir freuen uns, mit Euch allen in Kontakt zu treten. Wir sind sehr zufrieden mit Euren Fortschritten, denn wir sehen, dass Ihr in diesen Tagen Eure Differenzen immer öfter beiseite legt, um in größerer Harmonie miteinander zu leben. Einige von Euch wissen, dass Ihr mit Eurem Nachbarn, Eurem Kollegen oder Eurem Familienmitglied in bestimmten Fragen nicht übereinstimmen werdet, und anstatt zu versuchen, die andere Person davon zu überzeugen, dass Ihr Recht habt und sie im Unrecht ist, haben wir einen Anstieg der Zahl der Gelegenheiten beobachtet, die zum Frieden genutzt werden, anstatt in den Kampf zu ziehen. Wenn diese Zeit, in der Ihr lebt, Euch nichts anderes gelehrt hat, dann hat sie Euch sicherlich die Wahrheit eingehämmert, dass man jemanden nicht davon überzeugen kann, dass er im Unrecht ist, indem man ihm ins Gesicht schlägt und ihn anbrüllt. Das ist nicht der Weg zur Einheit, und Einheit und Einssein sind das ultimative Ziel auf der Erde. Ihr müsst vereint sein, damit die Außerirdischen sich wohlfühlen, wenn sie mit ihren Schiffen auf Eurem Boden landen, und Ihr braucht das Bewusstsein der Einheit, um inneren Frieden zu erlangen, Eure Schwingung zu erhöhen und Euch Zugang zu Euren spirituellen Gaben und Fähigkeiten zu verschaffen. Ihr müsst Euch mit Eurer außerirdischen Familie verbinden, um Euch der galaktischen Gemeinschaft anzuschließen, und Ihr braucht dieses Gefühl der Einheit, um aufzusteigen. Denjenigen, die sich immer noch dagegen sträuben und die lieber Recht haben wollen, als gütig und mitfühlend zu sein, würden wir sagen, dass Ihr mit Euren Überzeugungen nicht weiterkommt. Und wenn Ihr Euch zumindest um die Akzeptanz anderer bemühen könnt, die eine andere Wahl treffen oder andere Gedanken zu einem Thema haben, dann seid Ihr der Harmonie auf der Erde einen Schritt näher gekommen. Ihr müsst jeden so sein lassen, wie er ist, so wie wir Euch alle so sein lassen müssen, wie er seid. Wir wollen nicht jeden mit einer Art kosmischen Strahl beschießen, um ihn zum Umdenken zu bewegen. Wir wissen, dass wahres spirituelles Wachstum und wahre Evolution dadurch entstehen, dass Ihr fähig seid, einander trotz Eurer Unterschiede zu lieben. Die Menschen auf Eurer Welt haben sich aufgrund ihrer Bereitschaft zu vergeben und zu vergessen weiterentwickelt. Und so müsst Ihr als das erwachte Kollektiv wieder einmal mit gutem Beispiel vorangehen, auch wenn Ihr in der einen oder anderen Sache ziemlich festgefahrene Überzeugungen habt. Eure Überzeugungen machen Euch nicht würdig, aufzusteigen. Das ist eine sehr religiöse Vorstellung, die Ihr zu diesem Zeitpunkt überwinden sollt. Was Euch auf dem Pfad des Aufstiegs hält, sind Mitgefühl, Vergebung und bedingungslose Liebe. Dies sind die Zeiten, die Euch diese Gelegenheiten bieten, Vergebung anzubieten, Mitgefühl zu empfinden und bedingungslose Liebe zu sein. Diejenigen von Euch, die das bereits wissen und diese Wahrheiten praktizieren, die wir Euch jetzt geben, lasst andere wissen, dass dies Euer Weg ist. Lasst Euch von allen in Euren Taten der Freundlichkeit, Euren Taten des Dienstes und Eurer Bereitschaft sehen, alle anderen als gleichwertig zu betrachten, unabhängig davon, was sie glauben und unabhängig davon, was sie für sich selbst wählen. Die große Kluft zwischen den meisten Menschen wird letztlich durch Angst verursacht. Es sind keine Vorurteile, die kommen später. Es geht nicht um Rache, sondern um die Angst, dass derjenige, der Dich verletzt hat, Dich wieder verletzen könnte. Angst ist die Wurzel jeder Spaltung. Und wenn Ihr Euch der Bezeichnung scharf wirklich entziehen wollt, dann werdet Ihr nicht zulassen, dass diejenigen, die von Eurer Angst profitieren, Euch entzweien. Ihr werdet nicht zulassen, dass diejenigen, die davon profitieren, dass Ihr alle gespalten seid, gewinnen. Zeigt dieser Welt und jedem auf Ihr, wie mächtig Ihr seid, indem Ihr der Angst nicht nachgebt, sondern stattdessen Eure Mitmenschen umarmt, Egal, was passiert. Seht die Quelle und die Liebe in jedem Einzelnen Eurer Mitmenschen und Ihr werdet diese schwierigen Zeiten hinter Euch lassen, in denen Ihr Euch nun schon seit geraumer Zeit befindet. Und Ihr werdet in das Zeitalter der Erleuchtung eintreten. Ihr werdet die Reise des Aufstiegs mit mehr Freude, mehr Freiheit und mehr Liebe als je zuvor fortsetzen. Wir sind der Arktorianische Rat und wir haben es genossen, uns mit Euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für Eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für Deinen Energieausgleich.